Ich stelle es. Wir exportieren hier ein paar Sachen nach Thailand. Oh, bei mir ist ein Mexikana angekommen, als du das gesagt hast. Ah, okay. Die Mariachi-Band auch. Ah, die Mariachi-Band ist schon da, Flo? Ja, die ist schon da. Ich hab die doch erst später bestellt. Ach so, schade. Für wann hast du die bestellt? In einer halben Stunde sollte die erst da sein eigentlich. Ach so, um Viertel... Vier? Ja, aber egal. Ach so, dann könnte ich jetzt schon zu spielen beginnen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ich habe nur ein halbes herz ich will alles wieder haben ich will alles wieder was macht ich will meine spitze hat meine axt hast du die axt noch bei der vermuten nein der wenn man meine axt meine stein axt ist weg aber es ist doch egal dem ist glaube ich schlecht ist der schlecht rupert liegen bei mir was sie zu schauen ist bei mir schneit es gerade wieder und unser außer reporter dominik Prozent wie sieht es draußen mit dem Wetter aus ähm Nebeldikum sieht nass aus und feucht sehr sehr feucht sagen wir mal schauen wir mal was mein Handy dazu sagt mit meiner klasse App die sagt dass es bewölkt ist obwohl es schneit äh so App doch gar nicht gestern aber es ist doch gestern geschneit ja kurz ah ja ganz kurz ja wirklich so wir aktualisieren und meine Wetter App sagt bewölkt 3 Grad die kann mich mal und was sagt das Regenradar das habe ich auch ernsthaft du hast ein Regenradar ja am Handy das ist voll geil ja was du musst doch nicht mehr in der freien was aufnehmen naja für die Arbeit dann weiß ich oh jetzt fängt es dann zu regnen ein ich brauche ein Thema für dich oh Dominik es kann heute bei uns schneien echt geil mein Regenradar zeigt das die rosenen Wolken ist wirklich ohne Scheiß die rosenen Wolken sind wirklich äh Dings und? ich kann wirklich boah über Deutschland über Deutschland ist so ein riesig einfach so ein schräger Streifen Leute 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 ja 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 kommt mal bitte zu mir kommt mal bitte zu mir wo bist du? bei ähm X 110 und Z 330 was ist da? du warte auf mich bitte ja ich warte auf dich ich hab's mir nicht gemerkt ich hab's mir nicht gemerkt ich auch nicht ha 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 du musst noch Essen farmen ein bisschen na wohin? ich hüpfe ich hüpfe rum wo er hinmüsst naja das hilft uns jetzt sehr viel und ich hast du gehört er hüpft er hüpft Funktion Grafik Z Z 330 X 110 Z F 3 X 110 110 110 110 wo müssen wir hin? hier müssen wir hin? ich lauf dir einfach nachflucht ich kenn grad nicht das 110 und was war das andere? Z was? 330 330 ist egal wenn wir das sind Ah ich seh dich schon Life is life da sind Quiräse da sind Quiräse keine Hülle Digga kun ich den gleich da da boah bis ach du Schasse hüpft er nicht runter da bin ich ich werde als fast kondinge ich werde Ich geh da nicht runter, was springt mir das, wenn ich da runter falle? Ich spring da nicht runter! Aber ich bin doch in der scheiß Wasser gefallen! Ja, auf geht die Jockels! Junge, dein Babyzombie Flo! Babyzombie, der ist nicht cool! Nicht cool Flo! Babyzombie! Ey, ich werd mitmachen! Ja, dann mach mit! Aua! Mach den Server auf, hier los! Das ist jetzt nicht der Nerze, der liegt in meiner Sache rum und der schließt den Server! So Leute, wir sind in Sachen kurzen Cut-Video, bis gleich! Ich mach keinen Cut, bei mir ist das nö! Das ist unprofessionell, ich cutte das nicht! Flo zeigt, wir denken, wie das die grieven können auf den Server! Okay, hier habt ihr jetzt die... Nö, das mach ich natürlich nicht! Ich mein, wir leben hier in einer Gesellschaft, ähm... Ich weiß schon wieder nicht, über was wir überhaupt reden, äh, ja! Ja! Du bist wisst, ne? Ja, dann geh ich weg rum! KMPG TX! Kann ich weer bitte? Ich will sie schon wieder mit dem Bagger! Pfff, ne? Gepp dir nicht! Du, 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 du... du, 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 und... der Fluder Sachen sind die Spont es stimmt ja gar nicht er solltet jetzt zu werden hallo das ist so ich bin da nicht mehr und gestorben hast du das sagen bis in der Hand ich hab im Flur einmal gekillt der Flur sich selber umgebracht habe ich mir auch ich will ich will meine Sache du bist eh direkt am Spawn das ist Cobblestone nicht mehr da ich hatte so viel Cobblestone so viel war es nicht aber ich hatte Cobblestone das ist es ist ruhig hat mir Spaß das ist ein kurzer Cut ich konnte nicht nö die wollen ich will dass die Leute meine Persönlichkeit kennenlernen deswegen konnte ich nicht das er hat nur noch die Verkürzung Prozent und müssen das besitzt ich hab das ist ja noch ein paar Sachen es zu direkt und man muss noch kommen ja ich gebe du musst mich nicht immer festhennen ist der Wettmann das ist ein Schwerter seit dem Endeffekt ich habe er sich auf 624 erster erz in der europäische Ziele laufen was der Oberfluss die Mui bis bis zu sein bett nicht aus erhältlich welche welche folge ist dort durch den folgenden folge du musst es ja essen wir haben gehört ich war ich weiß nicht ich war was ist denn los Was ist denn los bei dir? Was ist denn los mit dir? Mit mir ist nichts los, nur ich stehe auf Spendseite Sport. Mag ja sein, vielleicht mag er Balthus. Hast du ja ein bisschen Fluch. Was? Hm? Ich freue mich schon auf die Gamescom. Weißt du, wo wir uns treffen können? Wir treffen uns einfach vor der Lanxessarin. Obwohl da auch während der Gamescom jetzt noch nichts ist. Erst am Samstag, aber sonst. Es ist nicht wahr zum Messergelände. Glaub ich halt. Was für Holz? Holz ist in der Kiste genau hier. Holz ist sowas bezieht sich leider nicht. Dann musst du in einem Baumarkt. Ey, Flo, 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 Flo. So heiß ich nicht. Flo ist ein Baumbeauftragter. Er kennt sich mit Baum besser aus als sonst wer. Ja, ich war in der Baumschule. Er hatte dort die besten Noten. Er war der Klassenbeste. Ich war in der Baumschule für Halb-Perser. Obwohl ich kein Perser bin. Hallo, ich bin wieder da. Sucht keinen, mir Spaß hat. Ich hab Eisensperte und du musst dringend was in deinem Lachen machen. Irgendwie. Oh, wie ist das? Oh, hier ist Lava. Ach, hier ist Lava. 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 Manchmal denke ich mir, mit welchen Leuten gebe ich mir eigentlich, gebe ich mich hier ab. Ey, ich bin ich jetzt schon fast ein Jahr. Ich kenn' Flo schon seit fünf Jahren. Ey, gib mal was. Werden das nicht die? Leute, ich hab' hier 30 Eisen und ihr hüpft alle da drüben rum. Ja, Schau, ich hab' elf. Ich bin cool, es ist voll. Flo, geh weg. Geh weg. Geh weg. Weg da. Weg da von meiner Eisen. Weg da. Weg da von meiner Eisen. Weg da. Weg da. Weg da. Noch und ich hab' vier M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I-M-I. Oh, 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 oh. Oh ja, Eisen. Ey, 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 Dominik. Ey, ey ey, ey. курs nicht. Äh, ey, ey. Essen hab' ich selbst könnt. Scheiße, was mach' ich eigentlich? ich habe mich eingebaut ich wollte eine frage setzen und habe dieurite oder wisse ich habe ein holz vergessen um scheiß wie machen wir das jetzt macht sich jetzt jeder ein eigenes das gehört dir nicht das ist gefunden ja ich brauche essen ich habe selbst keine leisten fällt mir gerade auf aber trotzdem das findet das behalten anhanden so nett ich bin er lasse das ist was du gefunden hast er hat er holt ich habe zerstört sich so und aus haben und ich habe ein ganzes weg ausgestattet die ich gefunden habe hier hier ist es wichtig ich habe es ein ganzes Tag aber für die Leute für die Zuschauer dass es so dunkel ist ich hier habe jetzt äh, Dunkelheit, ich hoffe, das gefällt euch. Jetzt kann ich mit Steinerbau, Leute. Äh, hättest du gewartet, hätte ich dir Eisen gegeben. Tränen im Wind. Äh, warte, warte, ich komm wieder. Äh, was? Tränen im Wind? Bin ich dumm? Wo bist du? Hier ist Eisen. Warte, für eine Spitzhacke. Du bist ja so töfte, Junge. Und ich hab noch immer 20 Eisen-Manager-Dings. Siehst du, erteilt. Mit jedem, nur nicht mit mir. Oh, hier ist, warte, hier sind auch drei Eisen für dich, dass du dir nicht später gelässt kannst. Ich hab mir aber schon... Ich hab mir aber schon... Das ist ja immer ein Eisen, können wir auch noch ein bisschen zu tun. Ein Hiker, ein Hiker. Du hast du einen Stick über für mich? Äh, ja, ich hab sogar zwei. Hast du noch Holz? Nein, 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 nein. Machen wir bitte, ich brauch mindestens vier Sticks. Vier, okay, Moment. Hier, vier. Danke, 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 danke. Du bist einfach noch zweifels, du noch mehr brauchst. Ich mach mir jetzt ne Erster-Spitzhacke. Und gleich im Nachhinein ein Eisenbrusthahn ist schon die Rest bekommt. Wer will den Rest nicht essen, was mir überbleibt? Äh, wir nehmen erst fünf Minuten auf. Nicht wahr, der Erste. Ich hab voll Aeronrüstung, Alter. Was? Was hast du? Nur einfach, yay. Echt jetzt? Mäßig? Vielleicht wenn alles schnurrt und nichts für die Community macht. Äh, 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 ich teile, ich hab jeden von euch fast, bis er, Roberto, der war noch nicht hier, Eissen gegeben. Ja, aber dann teile ich den Rest aus und gib sich da ein. Okay, dann teile ich den Rest aus. Aber gerecht, hörst du? Roberto, du bekommst noch drei Eisen. Wo bist du? Ja, dir. Erster Stick. Nur, hier. Oh, danke, danke, danke. So, wo bist du denn? Ich brauch, brauch Holz. Was? Roberto, komm hier hoch. Ich brauch auch meine Wände. Ich bin ja beim Flo unten. Ja, ich muss jetzt sowieso runter. So, ich nehm... Und? Ich hab Hals. Das wird meiner... Meins, 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 meins... Du warst da zuerst, ich war da zuerst. Meins, 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 meins... Habt ihr die erst gefunden? Ernst? Ja. Wie viel warst du? Zwei und du hast wahrscheinlich drei. Oder? 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 Wie viel hast du denn jetzt? Vier. Vier? Vier. Weißt du, da baut man sich einen Weg darunter, dann schnurrt er das, dann nimmt er das. Ne, weißt du? Foss erzielen. Ich kann rotter. Wo seid ihr? Seit ihr, ich bin nicht zu einem. Ah, abt-tackt-tackt-tackt-tackt-tackt-tackt-tackt-kackt-tackt-tackt-tackt-tackt-tackt-tackt. Das ist ja der Weimarussetz. Was steht denn da oben? cups. Meine Verantwortung der Fliederhaus. Seit ihr Jungs, Musik und Mitgliedern, sie sind mehr. Melos, wo seid ihr? Und zumindest. Sieh, das soll dieser Absatz habe. Ach da unten? Ich dachte du hast was geiles gesehen. Aber jetzt doch. Bei mir ist die Textur von den Bledermäusen irgendwie verpackt. Hi, hi, hi. Du gib mir wieder Holz. Ich geb dir auch die Dias und du gibst mir Holz. Was ist das? Was? Du musst mir ja nicht die Dias geben. Achso, du brauchst die ganze Zeit Holz. Jungen, wieso find ich euch nicht? Brauchst du mehr? Habt ihr Essen dabei? Ich hab kein Essen, aber ich brauch welches. Ich hab Tissmiche, tschüss. Ich brauch auch Essen. Ich brauch auch Essen. Ich glaub wir sollten wieder hochgehen. Ja, alle Leute, groß aufmarsch. Wir gehen wieder nach oben. Und schauen, was wir alle erfahren haben. Du, gerade Dias. Tschöck mal. Ah, ich hab mein Ding gesagt. Ähm, wir sind in einer Gemeinschaft. Wir müssen Saluders tun, was Dominik sagt. Also Nick. Er hat am meisten Eisen gefunden, deswegen ist jetzt der Leitwolf. Ah, Nick. Wir kommen noch dreißen. Warte, hier ist er mal eins. Gut, warte. Und dann noch zwei. Ups, das hat es ganz gegeben. Dominik. Das ist jetzt nicht ein Fünf-Eisen-Teil bitte auf. Dominik. Da mach ich was? Du bist der Leitwolf. Ne, bin ich nicht. Doch. Ich bin nur Leitwolf. Du kannst es gut. Leiter niemanden. Du bist dann bestav�end von Teamgeber. Ne, bin ich nicht. Ne, 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 ne. Dann muss Essen, hat er gesagt. Wieso geht es um vier essen? Warte ich mich auch. Wir sehen uns dann, ja. Hatt mal kurz für euch den Server neu auf drei Spiele, okay? Tschüss. Tschüss. Okay, tschüss. Tschüss. Ja, dann, mach den Weg. Dich hält keiner. ja tschau also was machen wir jetzt wir fahren weil das ja wieder offen ist die folge ist vorbei danke fürs Zusehen tschau